Heute gibt's wieder viel Sonnenschein. Im Norden auch dichtere Wolken, die sich noch etwas ausbreiten und einzelne Schauer bringen. Die sind im Laufe des Nachmittags auch an den Alpen möglich, zum Teil mit Blitz und Donner. Heute Nacht im Norden weiterhin wolkig, aber trocken, sonst meist sternenklar. V.a. in der Nähe von Flüssen und Seen bildet sich stellenweise Nebel. Heute in Nordseenähe wieder unter 20, im Südwesten dagegen nahe 30 Grad. Dort sowie auf den nordfriesischen Inseln heute Nacht bis 15, im Sauerland nur kühle 6 Grad.